Vergrößern, verkleinern TSG Hoffenheim an Max Meier von Schalke 04 interessiert Urheberrecht Gettie mit steilen, biterne Mail-Kommentare Max Meier und sein Jugendverein Schalke 04 gehen nicht im Guten auseinander. Trotzdem soll ein Bundesligist am 22-Jährigen interessiert sein. Max Meier wird Schalke 04 im Sommer 2018 ablösefrei verlassen, nachdem sich der deutsche Nationalspieler mit seinem Jugendverein auf keine Vertragsverlängerung einigen konnte. Manager Christian Heidel und Meiers Berater Roger Wittmann lieferten sich eine wahre Schlammschlacht und machten sich gegenseitig Vorwürfe. Jetzt bahnt sich ein Ausweg für den 22-Jährigen an. Die TSG Hoffenheim ist an Meier interessiert, sofern sich der Klub für die Champions League qualifiziert, berichtet der KK. Die Kraichgauer müssten sich mit dem Schalker vor allem beim Gehalt strecken sowie sich auf ein Handgeld für Meier und seinen Berater einigen. Günstigere Alternativen sind Leo Bitten, Kurt von Köln und Suat, Serdar von Mainz. Teilend wie terne Mail-Kommentare. 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 Teilend wie terne Mail-Kommentare.